Hallo und herzlich willkommen zurück zu NHL 22 und heute ist es soweit. Wir spielen Game 1, Game 2 beim Eastern Conference Finals. Wir haben es ja geschafft und zurzeit, ihr seht es, 8 zu 0 zu 0. Wir haben eine richtig gute Serie am Laufen. Wir haben jetzt zwei Runden hintereinander. Haben wir 4 zu 0 gewonnen. Wir wollen natürlich hoffen, dass wir diese Serie gegen die Tampa Bay Lightning natürlich fortsetzen können. Aber das wird auf jeden Fall schwer, sage ich es jetzt mal. Das wird sehr, sehr schwer, dass wir das so natürlich machen, weil Tampa Bay Lightning ist, ja, natürlich mit einer der Favoriten hier im Standing Cup Finals. Wir natürlich auch, aber Tampa Bay, würde ich sogar sagen, sind eigentlich vom Kader her sogar noch besser. Deswegen müssen wir alles geben. Bunting hier zum Beispiel jetzt gerade mit dem Versuch. Da war gerade Crosby wieder. Und, ah, schade. Statt, jetzt haben wir die Chancen. Aber, aber ja. Das Point. Schönes Ding. Schön gehalten von Tristan Jerry, der ja auch schon mal unser Biest war in diesen Playoffs. Generell, unsere Jungs sind heiß in den Playoffs. Die haben wirklich Bock. Die wollen wirklich hier das Ding mit uns gewinnen. Und Crosby doch nicht mit dem 1-0. Sehr, sehr schade. Aber, naja. Gibt auch Schlimmeres, sage ich es jetzt mal. Und, na, das war dumm. Das war wirklich dumm von uns, dass wir uns das jetzt erlauben. Dummeln geht zu Recht raus. Ja, das ist natürlich, ja, Beinstellen, ähm, ja. Muss nicht sein. Muss nicht sein, darf nicht sein. Aber trotzdem, wir werden das wohl hinkriegen. Zwei Minuten haben wir, oder haben wir jetzt, äh, wo wir jetzt zu viert leider ran müssen. Aber, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Im Großen und Ganzen. Äh, da wüsste ich jetzt nicht, was das für ein Problem darstellen soll. Powerschuss nicht ganz funktioniert. Schön. Das ist so ein Pokecheck, den ich doch eher lieber mag. Tristan Jerry, schön. Aber bis jetzt ein sehr, sehr... Sehr, sehr spannendes Spiel. Natürlich, klar, wir haben mehr Schüsse, wir haben mehr Versuche. Aber, Tampa Bay, wenn die jetzt mal eine Chance haben, und die hatten ja bis jetzt zweimal die Chancen. Ähm. Also, die hatten ja bis jetzt zweimal die Chancen. Äh, waren die trotzdem sehr, sehr gefährlich. Ja. Brighton Point, der Mann mit den meisten Punkten in dem Team. Natürlich auch mit einer der Top-Spieler hier in Tampa Bay. Bei uns hier in der Franchise. Man passt nach oben hin. Da ist Bluga. Da habe ich da gleich weggeschoben, sage ich jetzt mal. Der gute Bluga. Marino, schöner Pokecheck. Schön gemacht. Gut. Muss man halt einfach sagen. Nix da, nix da, nix da. Schön. Schön abgewehrt. Da ist Bluga. Ja, den Puck. Noch neun Minuten im ersten Drittel. Und, ah, schade. Ich dachte, Heinen kann hier das erste Tor machen, aber dem war jetzt nicht so. Und, schade. Schade, schade. So, wir sind jetzt wieder vollzählig. Powerplay ist vorbei. Also, das heißt, wir können oder konnten das echt sehr gut runterspielen. So. Und ich dachte, jetzt kommt ein Gegentor, gerade wo wir vollzählig sind. Und Tor. Im Gegenteil. Da kommt erst mal das erste Tor von uns. Bluga mit dem 1 zu 0 sein drittes Tor in diesen Playoffs. Das ist so wunderschön. Das will ich doch sehen. Teddy Bluga. So kann es von mir aus auf jeden Fall weitergehen. Mit dieser Leistung. Wir haben ja noch sieben Minuten auf der Uhr. Also sollten wir es eigentlich noch sehr, sehr gut hinbekommen. So. Heinen. Schade. Moldin. Äh, Moldin meinte ich. Nicht Moldin. So. Ru Randall. Schön mit dem Pokejack abgewehrt. Komm, 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 komm. Ah. Da hat Tampa Bay wieder den Puck. Nächster. Oh. Boah. Ja, ja, ja. Das meinte ich, ne. Wenn die jetzt einmal wirklich vom Punkt sind und mal wirklich die Chance haben, dann sind sie gerade echt nicht ungefährlich. die Jungs von Tampa, da können sie wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Aber 53,5 Sekunden noch auf der Uhr, dann ist das erste Drittel auf jeden Fall vorbei. Und stand jetzt, würde ich halt wirklich sagen, das erste Drittel geht ganz klar an uns. Nicht, weil wir nur 1-0 führen, sondern weil wir auch klar hier immer wieder die besseren Chancen haben. Und Tampa Bay ist halt, ja, zur Zeit da. Klar, auch, die hatten gefährliche Chancen, keine Frage. Aber die waren halt da und ihr habt es ja gerade gesehen. Zeit der Angriff. Wir haben vier Minuten, sie haben gerade mal eine Minute auf dem Konto. Und da ist das erste Drittel vorbei. Es steht für uns 1-0, aber wie gesagt, auch von den Chancen her, steht ganz klar für uns 1-0. Wir sind klar, die bessere Mannschaft. Aber wir haben ja noch zwei Drittel, das heißt, wir dürfen uns trotzdem nicht zu sicher fühlen. Wir müssen einfach da weitermachen, wo wir bis jetzt aufgehört haben und nicht am besten zu überheblich werden. Und da kommt gleich das Ausgleich, das habe ich, und da habe ich den Schluss gemeint, nicht überheblich wäre, aber da kommt gleich das 1-1. Und das meinte ich, Tampa Bay ist hier, die sind hier die Macht, äh, ist hier die Macht, tatsächlich. Ei, 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 ei. Dann müssen wir erst mal versuchen, gleich mal irgendwie zu antworten oder sonst was. Das war aber ein gutes Tor, muss man sagen. Das war echt gut gemacht. Aber auch der Goalie von Tampa Bay hat 16 Paraden, das zeigt auf jeden Fall, was das für ein guter Goalie hier ist, den sie hier natürlich haben. So, da war wieder Kurarov, oder ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. So, Rost, schade. Schön mit dem Hokecheck hier abgefangen. Schade. Ja, na, nee. Boah, schön gehalten von Tristan Jerry. Gut gemacht. Ah, jetzt kommt so langsam Tampa Bay so ein bisschen. Ah, schade. Ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen in Bedrängnis, auf jeden Fall. Da war auch nochmal unseren Goalies gerade verglichen. Ja, da waren gerade unsere Goalies nochmal, das ist jetzt der Grundschutz, äh, ja, nochmal verglichen. Na, da war gerade das, äh, wieder ein Torschuss, aber den konnten wir nicht ausnutzen. Zack, zack, zweimal hintereinander eine Weltklasse-Project, schön. Das war gut. Schönes Ding. So, Absatzwarnung, aber das haben wir natürlich rechtzeitig gesehen. Und da ist das 2-1. Matthäus, Matthäus, ja, Matthäusson, Michael Matthäusson, zweites Tor in diesen Playoffs. Schöne, schön gemacht. So, damit haben wir wieder die Führung damit erlangt. Erlangt. Und somit steht es wieder für uns, äh, steht natürlich wieder alles für uns offen. Und. Ja. So. Komm, 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 komm. Schön. Und. Aha. Gut gemacht. Gut. Kommt wieder, Matthäusson. Noch 2 Minuten im 2. Drittel. Und ich muss sagen, dass wir auf Augenhöhe stand jetzt. Klar, wir kommen, gerade gerade gegen Ende kommen wir jetzt ein bisschen immer mehr ran, aber trotzdem. Tampa Bay, Tampa Bay, weiß sich auf jeden Fall irgendwie zu wehren. Ne, muss man auch an der Stelle sagen. Und da ist das 3-1. McGeein. Sein erstes Tor in den Playoffs sogar. Broke McGeein mit dem 3-1. Wo soll ich sagen, der war auch in der Season, also in der Regular Season war er, ja, fast gar nicht da. Er war halt für die ganzen Pokechecks verantwortlich, aber dass er gleich hier ein Tor in den Playoffs macht, dass wir damit hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Aber ich beschwere mich nicht. 3-1. Super gemacht. Aber, wie gesagt, auch da wiederhole ich mich gerne. Wir dürfen uns trotzdem nicht zu sicher fühlen, was das angeht. Oioioi. Ja, jetzt müssen wir die Zeit runterlaufen lassen. Und das machen wir auch. 3-1 nach dem 2. Drittel. Tepper by Lightning wusste auf jeden Fall, sich irgendwie zu helfen. Aber wir konnten am Gegenende nochmal sehr, sehr gut, ich sag's mal, Gegenwehr leisten. Und deswegen steht es jetzt so, wie es jetzt steht. Aber es geht ja noch einen letzten Drittel. Und da müssen wir auf jeden Fall versuchen, die Führung so irgendwie aufrecht zu erhalten. Und ja. So, wir haben den Face-Off gewonnen. Oh, je, 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 schade. Und? Na. Machen wir gleich mal hier Druck. Wirklich. Und? Na, schade. Schade, schade. So. So. Gut gemacht. Bunting auf Letang. Zack, schöner Pop-Check. Ja. Ja, schade. Aber gut, jetzt haben wir wieder den Pop wieder. Und da ist das 4-1. Don't. Heinen. Schön. Schön, schön. Dieses Spiel läuft gerade sehr, sehr super für uns. Läuft sehr, sehr super. Aber, wie gesagt, es kann sich immer noch jederzeit ändern. Obwohl, wir jetzt sagen müssen, klar, jetzt kommt so eine, ja, so eine leichte Trend. Äh, Trend, äh, Trend auf jeden Fall. Wir können uns so leicht immer mehr absetzen. Also, es wird immer, ich sag's mal, unwahrscheinlicher, dass Temper Bay noch irgendwie kommen kann. Dann mach ich hier wieder so einen Scheißpass. Im Sinne von, ja, okay, wir sind gerade sicher, also können wir gerade mal so ein Pass mal machen. Nee, können wir eigentlich nicht. Also, bitte nicht. So. Nein. Ah, schade. Ah, schade, 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 schade. Ja, beiden Stellen dort einen heidenden muss runter. Bis jetzt wort uns das, Gott sei Dank, noch nie wirklich zum Nachteil, muss man sagen. Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass es auch weiterhin so auch bleibt. Also, dass wir da keinen Nachteil haben. Zum Beispiel jetzt, dass wir sowas machen können, doch am besten noch so reagieren können. Matherson, schade. Schade, schade. Gut. Ah, schade. Ja, wir haben noch neun Minuten auf der Uhr. Gleich acht. Hier im letzten Drittel. Hier in den Eastern Conference Finals. Und, ja, aber das bedeutet natürlich, dass Temper Bay noch gut zurückkommen kann. Eieieiei. So, Jungs. Ah. Zack. So. Captain, okay. Ja gut, Captain. Mach das mal ne richtig langen Pass. Na gut, das war, das war nicht so, nicht so gemacht wie geplant, aber naja. Ist halt so schön. Nein. Okay, das war jetzt fast ein bisschen. So, schön abgefangen. Schön. Okay, da war, waren wir jetzt gerade ein bisschen, da wollten wir gerade ein bisschen bedrängendes bedrängend. Was war jetzt gerade ein bisschen, ja, ein bisschen knapp. Aber naja, wir haben noch fünf Minuten, fünf Minuten vier, haben wir gleich, haben wir jetzt noch auf der Uhr. Wir haben nicht mehr wirklich viel zu spielen und auch Temper Bay rast langsam immer mehr die Zeit für den Ausgleich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer noch unmöglich ist, aber es wird doch immer und immer schwieriger, für Temper Bay, um hier irgendwie noch zu versuchen, einen Ausgleich zu machen oder sonst was. Hier ist es so, Rust. Zack. Ah, schade. Aber jetzt wird es sowieso unwahrscheinlich. Eine Minute, eine, eine Minute 41 ist es auch immer. Temper Bay könnte jetzt nur noch Schadensbegrenzung machen und versuchen halt noch irgendwie noch einen Ehrentreffer reinzumachen und und und, aber schade. Aber wir werden gleich wohl, wohl oder gleich mal da so ein bisschen Zeitspiel machen, so ein bisschen die Zeit von der Uhr nehmen natürlich. Ja, bisschen weiter nach oben. Eising ist gleich. Eising. Gut, wir stoppen damit eher die Uhr, aber naja. Was haben wir jetzt noch in diesen Sekundenzeit, sage ich es jetzt mal, zu verlieren? Wir sind trotzdem gut dabei. Den Face of haben wir natürlich gewinnen. Das ist gut. Also was ist denn natürlich? Ich sage ja schon, als ob das irgendwie Standard ist. Okay, das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so gut. aber naja, wir haben noch mal versucht. 10,2 Sekunden sind noch auf der Uhr. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel von uns wieder. Auch von Tampa Bay, klar, es war, oder vielmehr, es war ein Up and Down von Tampa Bay. Tatsächlich, die waren am Anfang gut, dann im zweiten Drittel waren sie noch halbwegs in Ordnung, aber sonst ging eigentlich größer als das Spiel an und aus. Deswegen haben wir jetzt auch 4,1 gewonnen und führen damit jetzt 1,0 in der Serie und ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Ich finde es super, dass wir jetzt gleich mit einem 1,0 natürlich starten können. muss aber demnach natürlich trotzdem nicht heißen, dass das jetzt wieder so ein einfaches Ding wird im Game 2, sondern dass dort sich dann Tampa Bay denkt, ey, hier, klar, das erste Spiel war ein Ausrutscher, aber hier, wir sind immer noch da, gerade wenn man noch bedenkt, dass hier gerade, dass es auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis hier mal, ich sag's mal, das 1,0 und so gefallen ist. Trotzdem, finde ich super, 4,1 haben wir gewonnen, das ist sehr, sehr stark, aber, wie gesagt, wir dürfen uns nicht zu überheblich, wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, wir müssen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben und deswegen sage ich, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich zu Game 2 wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier am Start mit Game 2 gegen die Tampa Bay Lightning. Ja, nachdem Game 1 ja so richtig erfolgreich war, mit 4,1 tatsächlich haben wir ja gewonnen, wollen wir natürlich es nochmal zu wiederholen. Tatsächlich, wir wollen natürlich versuchen, ja, wieder natürlich zu gewinnen, aber ob es wieder so hoch wird, keine Ahnung. Das werden wir natürlich gleich mal sehen. Ja, auf jeden Fall müssen wir oder sollten wir natürlich versuchen, das Tampa Bay logischerweise, passen wir uns mal so in der Bande hin, ja, das Tampa Bay natürlich, ich sag's mal, nicht irgendwie versuchen, kommt dort Tore zu machen oder uns irgendwie in die Engel zu treiben. Da ist es jetzt mal. So wie jetzt als Beispiel mit so einer gefährlichen Chancen. wie gesagt, Tampa Bay gehört zum mit einer der Top Teams von uns in der Eastern Conference. natürlich halt zurück Eastern Conference, deswegen, deswegen müssen wir sie ja schon schlagen, deswegen war es ja auch schon extrem stark, dass wir sie 4-1 geschlagen haben. so, aber Stand jetzt muss man halt einfach sagen, sind die bis jetzt mehr auf unserer Seite? und da war Point. Ei, 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 Gott sei Dank hat Jerry uns wieder den Arsch geräutert, aber da ist wieder oh, ei, ei, jetzt jetzt kommt Tampa. Tampa ist wach und Tampa ist da und ist bereit zu gewinnen. Oh, Brayton, Brayton Point, der hat ja auch im letzten Game hat er ja das einzige Tor gemacht für Tampa Bay, muss man ja sagen. Das muss man ja auch an der Stelle sagen, deswegen müssen wir auf Point ja auch mal so ein bisschen aufpassen. Verzögerte Strafe für Tampa Bay. Wir haben Stand jetzt ein leeres Tor, aber wir wollen natürlich versuchen, die Chance zu ergreifen, aber naja, Grimauly, Grimauly hat tatsächlich die Strafe, ja, Strafe, Behinderung hat er hier bekommen. Ja, ist natürlich gut für uns, aber ob wir das auch zu einem Tor ausmünzen könnten, das müssen wir natürlich erst mal schauen. Ja, jetzt wird natürlich erst mal nach vorne geschossen, um natürlich hier erst mal Zeit von der Uhr zu nehmen. Aber ich sag's mal so, wenn wir es schaffen, dadurch ein Tor irgendwie zu machen, dann natürlich auch nicht schlecht. Ja, da sind natürlich die Checks. Habt ihr noch mal gesehen, wer die meisten, oder somit die meisten Checks hat. Tampa Bay führt bei den Faceoffs. Das ist aber ja mittlerweile nichts Neues. Das irgendein Team dominant bei dem Faceoff führt. Das ist ja komplett Standard. Ja, aber nochmal über Jake Gensel nochmal geredet. Über den ich ja auch sehr, sehr zufrieden bin. Über Jake Gensel über diese Saison hinweg. Klar, der hat sich auch dort extrem gezeigt. Deswegen wird ja auch zurecht über ihn geredet. Schade. Aber trotzdem leider kein Tor jetzt in den Momenten geschossen hat. Ja. Ja, er wurde gerade noch mal über Crosby geredet. Tatsächlich. nicht. Aber nochmal über Crosby geredet, aber naja. So. So. Jetzt ist es jetzt gerade so ein bisschen... Ja, okay, da wurde ein Tampa Bay, äh, Tampa Bay spieler irgendwie stress, aber statt jetzt so zu spüren, ja, ja, zuerst kam Tampa Bay, jetzt kommen wir so ein bisschen... Klar, gut, Tampa Bay, äh, wirft den Punkt mehr oder weniger immer wieder nach vorne, weil wir müssen ja jetzt irgendwie die Zeit, äh, von der Uhr nehmen. Das muss man dir natürlich auch halten und... Gehe natürlich damit eher weniger Risiko, sage ich es jetzt mal. Aber naja, in 15 Sekunden ist es auch vorbei, ja. Klar, es macht Sinn, dass sie den Puck immer wieder nach vorne schlagen, aber ich glaube auch, dass ein Team unbedingt nicht immer nach vorne den Puck, äh, positioniert, um Powerplay vor der Uhr zu nehmen, weil... Ja. Ich glaube auch, dass manche Teams es auch trotz Unterzahl versuchen, irgendwie ein Tor zu schießen. Weiß nicht, finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Ich sag's mal so, es gibt Schlimmeres, ne? So. Äh, kurzen Pass gegen die Bande, das war nötig. Habe ich gesehen, äh, das hat uns jetzt sehr, sehr viel Zeit gebraucht. Ach, schade, das war knapp. So, aber gleich... Nein. Aber naja, jetzt ist gleich vorbei. So, zack, hier. Ja, ist vorbei, es steht 0 zu 0. Ich würde sagen, ja, war auf Augenhöhe. Tampa Bay konnte am Anfang sehr, sehr stark die Leistung widerspiegeln, da er sieht es sogar, ist sogar auf Augenhöhe, 9, 9. Zeit und Offensive, beide zwei Minuten, also ist es wirklich auf Augenhöhe. Man könnte halt das unterteilen, die erste, äh, die erste Zeit hat Tampa Bay sehr, sehr gut Druck gemacht und danach wir, also, ja. Halt auf Augenhöhe, ne? Logischerweise. So, aber wir sind jetzt im zweiten Drittel, das heißt, wir wollen damit natürlich versuchen, äh, wollen natürlich damit jetzt, äh, versuchen, irgendwie, endlich mal ein Tor zu schießen und, aber ich glaube, bei uns eher lieber ein eigenes Tor anstatt auf unsers oder einer von Tampa Bay Lightning-Spielern, das war gerade sehr, sehr knapp. Oh, super gehalten. Sehr, sehr stark, aber auch sehr, sehr schade, dass er nicht für uns reingegangen ist. Habe natürlich gehofft, dass der irgendwie reingeht, logischerweise, aber na ja. So. Und, oh, knapp, knapp, knapp. Ja, da werden noch mal unsere Goalies verglichen, auf jeden Fall ist eigentlich der Tampa Bay Lightning-Goldie heute tausendmal besser. Oh, oi, oi, oi. Fiel mir, beide sind auf Augenhöhe und das war jetzt gerade noch mal knapp. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch gleich wieder direkte, sich gleich direkt den Unterschied, was wir bis jetzt in den letzten zwei Runden hatten. Tampa Bay, lässt sich echt nicht davon ab, äh, oder vielmehr Tampa Bay lässt, denkt sich so, ja, hier, Junge, du hast 4-1 gewonnen, das ist uns egal, weil wir wissen, so eine Serie geht über sieben Spiele, oder geht über sieben Spiele, ob du jetzt 1-0 führst, das ist uns komplett egal. Und das sehe ich hier gerade. Also Tampa Bay weiß auf jeden Fall sich irgendwie zu helfen und stehen nicht umsonst dort da, wo sie jetzt sind. Oh, aber das Gute ist, Tampa Bay ist gerade so wie wir. Sie nutzen zur Zeit ihre Chancen nicht, weil, muss man ja auch sagen, Trist Jerry gerade eine sehr, sehr starke Performance abliefert, auch natürlich von Tampa Bay Lightning, gegen der Gaudi. Liefert natürlich auch eine sehr, sehr starke Leistung hier gerade ab. Ah, jeje. Ah, schade. Ah, jeje. So kommt's. Jerry. Schön. Noch eine Minute im zweiten Drittel. Schön. Ah, nein. Gut, wieder zurückholen den Puck. Na, noch 10 Sekunden. Nein, 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 nein. Oh, zweites Drittel ist vorbei, Gott sei Dank. Das, und das war gerade knapp. Das war gerade sehr, sehr knapp. Aber, generell, dieses Spiel, ja, Tampa Bay Lightning war mehr da in den zweiten Drittel. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber, eins ist auf jeden Fall gut. Tristan, Jerry ist da. Er rettet uns gerade sehr oft den Arsch. Aber trotzdem dürfen wir eigentlich, also wir dürfen uns eigentlich nicht so passiv zeigen. Ne, müssen wir auch wiederum sagen. Wir müssen ein bisschen mehr aktiver sein, sage ich es jetzt mal. Mehr, äh, mehr wieder nach vorne. In die Offensive und Tampa Bay eher mehr in die Defense anstatt in die Offensive. Aber, na ja, müssen wir gucken. Crosby, schön. Da wollen wir, da wollen wir gerade echt weg. Weggeholt. So, und nein! Da kommt Brandon oder Brayton Point mit seinem vierten Tor in den Playoffs und der steht jetzt damit 0 zu 1. Und das meinte ich. Wir müssen verhindern eigentlich, dass sie in der Offensive kommen, aber wir haben es nicht hinbekommen. Gut gemacht! Schönes Ding! Ei, 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 ei. Und ich merke schon, also wie gesagt, Tampa Bay, die haben Bock. Sie möchten unbedingt natürlich eine Runde weiter, aber wir natürlich auch. Und da ist Heinen? Nein! Penalty für Tampa Bay. Für was denn? Ich spreche den Namen nicht aus, weil ich kann das nur verkacken. Behinderung. Mikael, ich sage Mikael. Mikael hat eine Strafe für Behinderung bekommen. Aber Bruder, den Nachnamen werde ich nicht versuchen. So, das heißt, wir haben jetzt noch mal noch bessere Chancen, um noch ein Tor irgendwie jetzt noch zu machen. So, zack. Und da ist Crosby! Schönes Ding! 1-1! Let's go! Das war nur nicht mein Powerschuss! Weltklasse Ding! Und somit macht es jetzt zweistellig Crosby und macht sein zehntes Tor in den Playoffs. Und das war ein wichtiges Tor. Wir haben noch glatte 9 Minuten. Und ich bin ehrlich, ich will es glaube ich mehr auf das Unentschieden glaube ich jetzt erstmal aufbauen, sodass wir jetzt in die Overtime kommen. Irgendwie... So... Eieieieiei... Boah... Schade... Na, da konnte man leider nicht den Puck Ökenwie holen. Gut gehalten von Jerry. Das war natürlich jetzt kein guter Pass. Aber auch kein schlechter wirklich. So... da kommt gleich das zweite Ding. Nikita Kurvenhof. Ah... Schade. Aber naja, wir haben noch... wir haben noch zwei Minuten auf der Uhr. Wir können es noch irgendwie ausgleichen. Jetzt müssen wir irgendwie auf die Overtime gehen. Das steht auf jeden Fall fest. Eine Minute 22 ist noch genügend Zeit für uns. Aber stand jetzt schafft es anscheinend Tampa Bay ich sag's mal unsere glorreiche Serie zu brechen. Und da ist Captain... Ah... Noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Oh, jetzt Jungs, kommt. Wir müssen... Ah... So, Abseits Warnung. Da müssen wir raus. Das hat uns natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Schade. 26,5 ist hier auf der Uhr. Ja, Saison-Liga-Tabelle. Die sind sogar auf vier. Wir sind auf eins. Das habe ich gerade gesehen. Und... Ah... Schade, schade. Jetzt kommt... Nein! Jungs! Gut, gut, gut. Kommt, 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 kommt. Und... Ah, schade. Und... Ja! Schön, Molkin! Molkin! 6... Komma... Also 6 Sekunden noch auf der Uhr. Und Molkin macht noch wenigstens einen Treffer. 2-2. Wenigstens geht es in die Overtime noch. Schönes Ding. Gut gemacht, Molkin. Und jetzt... Ja, gut galten. Wir gehen in die Overtime. Eieieieiei. Es steht 2-2. Molkin hat uns Gott sei Dank noch 6 Sekunden vor Schluss uns wirklich noch den Hintern gerettet. Aber Tampa Bay ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Man sieht es hier und jetzt... Also, man sieht es ja hier gerade an der Statistik. Schüsse insgesamt. Tampa Bay hat 6 Schüsse mehr. Gute Checks. Da bin ich ja eh meistens weg. Zeit in der Offensive. Das ist das Wichtigste. Und mit den Bullis zusammen. Wir haben 5 Minuten auf dem Buckel und die haben 7 Minuten. Klar, es sind nur 2 Minuten, aber es zeigt trotzdem, wie stark die sind. Und über die Bullis, darüber will ich erst gar nicht reden. 1 zu 19. Das ist bis jetzt das Schlechteste, was wir bis jetzt erreicht haben, aber... Naja, wir haben ja noch eine Overtime. Nochmal zu spielen. Nochmal die volle Distanz. So. Kommt, Jungs. Wir müssen... Wir müssen das schaffen. Und... da kommt Point. Mit dem Tor und wir haben verloren. Wir haben verloren in der Overtime. 2 zu 3, aber sei es, man muss es halt sagen, sei es Tampa Bay gegönnt. die haben einfach es besser gemacht. Es war aber auch ein gutes Tor. Ja, das war schade. 2 zu 3 verloren. Haben sie besser gemacht. Haben sie wirklich, wirklich besser gemacht, Tampa Bay. Und somit steht es jetzt in der Serie 1 zu 1 tatsächlich und die konnten unsere glorreiche Serie brechen, muss man halt sagen. Muss man an der Stelle sagen, die konnten unsere Serie brechen, aber, naja, ist doch gut, dass es mal spannend ist. Ist doch gut, besser als die letzten 2 Runden, wo es ja, ich sag's mal, so halbwegs, nicht nur halbwegs, wo es ja wirklich so dominant war. Auf jeden Fall, ja, nächstes Spiel ist dann in, ist es wenigstens dann bei uns. Ich hoffe, dass wir hoffentlich 2 Spiele gewinnen können zu Hause. Und, ja, ich hoffe, euch hat's gefallen, diesen Part von NHL22. Wenn's dem so ist, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würden wir uns darüber tatsächlich freuen. Und, falls ihr noch auf diesen Kanal seid, könnt ihr ja auch noch mal unten im Kanal vorbeischauen und doch mal durch die Playlisten durchstöbern. Die Namen stehen auch in den Playlisten, so dass ihr wisst, wer welches Projekt gerade macht oder gemacht hat. Und, ja, wenn euch dann das Ganze gefällt, könnt ihr dann ja auch abonnieren. keine Sorge, ist keine Abo-Falle oder sonst was. Ihr müsst dann auch keine X-Summe nochmal extra zahlen oder sonst was. Nein, das ist tatsächlich ein kostenloses Abo, was ihr dann da abschließt. Ihr bekommt dafür auch kostenlosen Content immer jeden Tag, außer Freitag. um 17 Uhr kommt ein Video und dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens am Montag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play 2A oder am Mittwoch, wenn es heißt NHL 22, wo wir dann nochmal weiter gegen die Tampa Bay Lightning ran müssen. Wie gesagt, es steht 1-1 in der Serie. Das verspricht auf jeden Fall nochmal mehr für noch mehr spannende Spiele gegen die. Oder ihr hört am Donnerstag oder Samstag oder Sonntag den guten Rufen mit einmal Let's Play The Last of Us Part 1 mit dem F1-Manager und natürlich einmal mit Lego Harry Potter, wo auch ich dabei bin oder auch ein Teil geworden bin im Let's Play. Da hört ihr uns beiden im Doppelpack und ja, dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschaui.